Es ist Kommunalwahl und du weißt nicht was zu tun ist? Mach es richtig, denn so einfach kannst du in München wählen. 80 Plätze gibt es im Rathaus zu besetzen. Jedem Kandidaten kannst du bis zu drei Stimmen geben oder alle einer Partei. Und wenn du dir den Stress sparen willst, chillst du bei dir auf dem Sofa und machst Briefwahl.